Ein neues, schweres Erdbeben hat den Süden der Philippinen erschüttert. Mindestens fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Das Beben der Stärke 6,5 war zu spüren rund um die Stadt Tuluman auf der Insel Mindanao. In den vergangenen Wochen hatte es dort bereits zwei Beben gegeben. Dabei kamen mindestens 15 Menschen ums Leben. Die Bewohner befürchten, dass weitere Erdstöße folgen. Viele Menschen wollen nicht mehr in ihre Häuser zurück.